Hallo und willkommen bei Singen auf den ersten Blick. Nachdem wir jetzt einige Tage den Tonraum mit fünf Tönen geübt und beackert haben, setzen wir heute noch einen drauf, den sechsten Ton. Vielleicht erinnerst du dich. Ganz am Anfang dieses Videokurses hieß es, es genügt, wenn man alle meine Entchen singen kann. Heute holen wir dieses Lied aus der Kiste. Die Melodie beginnt beim Grundton und führt dann zunächst die ersten fünf Töne der Tonleiter nach oben. Alle meine Entchen Heute nehmen wir noch die zweite Liedzeile bitte dazu und damit den sechsten Ton der Tonleiter. Schwimmen auf dem See Genau wie im Lied errechnen wir in den heutigen Übungen diesen sechsten Ton mit einem Tonschritt. Vom fünften Ton nach oben und wieder zurück. Die Anstimmtöne auf dem heutigen Übungsblatt haben den neuen Ton ebenfalls im Gepäck. Es geht zunächst einen Dreiklang nach oben, dann noch einen Tonschritt weiter und wieder zurück zum Dreiklang abwärts. Und wie immer, gib Acht darauf, wo die Übungen beginnen, ob auf dem Rundton, dem oberen oder dem mittleren Dreiklangston. Ganz am Ende wartet noch etwas, das wir so in den Übungsblättern noch nicht hatten. Eine Übung, die sich über mehrere Notenzeilen erstreckt. Das heißt, am Ende der ersten Notenzeile geht es direkt in der zweiten weiter, ohne Pause, ohne Neuanstimmen und ohne Wechsel der Tonart oder der Taktart. Um den Anschluss nicht zu verpassen, kann es hilfreich sein, wenn man sich zumindest den ersten Ton der zweiten Notenzeile an das Ende der ersten Notenzeile überträgt. Dann wird sichtbar, dass es hier nur einen Tonschritt abwärts geht. Das Übungsblatt für heute findet ihr direkt unter dem Video. Und wenn euch ein bisschen musikalischer Hintergrund interessiert, im Mittelalter hat man die sechs Töne, die wir jetzt haben, zusammengefasst Hexachord genannt. Das war ein früher Vorläufer unserer Tonleiter. Die ganze Geschichte gibt es da oben im Video. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Singen auf den ersten Blick. Bis dahin, wir hören uns. Bis dahin, wir hören uns.